Wir sprechen jetzt mit der Susanne Wunderer, einem Mitglied der feministischen Alleinerziehenden. Frau Wunderer, was ist Ihre Geschichte, Ihr Beweggrund, heute hier dabei zu sein? Mein Beweggrund, hier dabei zu sein, ist, dass ich aufmerksam machen möchte auf ein Problem, mit dem sehr viele alleinerziehende Mütter konfrontiert sind. Das sind Pflegschaftsverfahren. Und da gibt es momentan an den österreichischen Familiengerichten eine massive Schieflage und massive Missstände, die sich da eingeschlichen haben. Und darauf gehört endlich aufmerksam gemacht und das gehört endlich ausgeräumt. Finden Sie, dass die Regierung hier bessere Maßnahmen treffen könnte, um die Frauen in Österreich und spezifisch natürlich auch die Alleinerziehenden zu unterstützen? Ja, in jedem Fall. Und da gehört auch ganz dringend was gemacht. Und zwar nicht nur für die Frauen, sondern auch für die betroffenen Kinder, weil da massiv aktuell gerade Kinderrechte mit Füßen getreten werden und das Kindeswohl da massiv unter die Räder kommt. Es hat sich da in Österreich gerade ein Netzwerk formiert und wir sind dabei, einen Forderungskatalog auszuarbeiten, den wir heute auch an die Politik übergeben werden. Die Mehrfachbelastung in der Corona-Krise, wir haben es angesprochen, die Balance zwischen Homeschooling und Homeoffice, für Sie auch ein Thema? Ja, es ist ein riesengroßes Thema. Diese Mehrfachbelastung, die war ja vorher schon ein Problem. Und es ist so wie immer in Krisen, an den Extremfällen sieht man, wie groß die Krise tatsächlich ist und wie groß das Problem tatsächlich ist. Und wir sind, also wir hören andauernd von Frauen, die klagen, dass sie das überhaupt nicht mehr auf die Reihe kriegen. Homeschooling, Homeoffice. Es sind aber nicht alle im Homeoffice. Es gibt ja auch Berufsgruppen, die nicht im Homeoffice sein können. Da wird das Problem noch einmal größer. Also es ist ein Riesenproblem. Was würden Sie vorschlagen, was müsste geändert werden? Also in meinem ganz speziellen Thema, dem Pflegschaftsverfahren, braucht es dringend eine Reform des Familienrechts. Und dann muss endlich eine ehrliche Politik für Frauen gemacht werden. Es muss endlich ehrlich auf die Probleme hingeschaut werden. Und es kann nicht sein, dass dann diejenigen, die Schwächsten in der Gesellschaft, die eh keine Stimme haben, dass dann genau die durch das Netz fallen. Das kann nicht sein.